Samma Steffen, jetzt mal kurz unter uns. Hast du wirklich letzte Nacht noch irgendwas komisches geträumt? Ich bin nachts irgendwann wach geworden, aber... Einfach wach geworden? Ja, also hat mich ein bisschen gewundert, weil ich sonst eigentlich durchschlafe. Aber es war jetzt nicht anders als sonst. Ja, umso schneller können wir es finden. Das stimmt. Wenn wir alle an drei verschiedenen Stellen suchen... Oh fuck! Was macht ihr denn jetzt verdammt? Was macht ihr? Wo gehen wir hin? Oh Gott! Oh Gott! Das ist so wahnsinnig! Ich lauf jetzt ganz alleine in einen total dunklen... ...Wald. Okay, willst du vorgehen oder soll ich vorgehen? Vollmond! Hä, was ist das? Verdammte Scheiße! Ist da wer? Da im Wald, da wohnt das Böse, hat sie gesagt. Was macht ihr denn jetzt verdammt? Was macht ihr? Wo gehen wir hin? Und was ist wenn... Carla! Wenn es ein Witz ist, ist er entweder sehr gut oder sehr schlecht. Wenn es ein Witz ist, ist er entweder sehr gut oder sehr schlecht.